Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Crafty World in einer neuen, wundervollen Aufnahme. Und, ähm, oh mein Gott, was hat uns der Vergangenheits-Cloud dahinter lassen? Der Counter tickt nach unten, die nächste Monster-Welle kommt bestimmt, nämlich in ein paar Sekunden. 23, 22? Und die Zwerge sind wahrscheinlich alle halb tot. Ne, die sind alle ganz, ja, nicht ganz alle, aber die meisten sind ganz, ganz in Ordnung. Ja, dann schauen wir mal, wie wir hier schön weiterkommen. Ähm, es werden wahrscheinlich wieder zwei Monster-Portale geöffnet, oder? Eines? Eines? Na, natürlich zwei, ja, und nämlich, das ist ganz toll, eines auf jeder Seite und, ach, cool, die klettern da nach unten, das ist natürlich jetzt ganz toll. Ja, ja, das bedeutet, wir sollten hier eventuell uns eine andere Strategie überlegen. Komm, tötet die da unten mal. Und natürlich auch die da oben. Ja, es ist blöd, dann müssen wir da unten auch Verteidigungs-Welle bauen. Das ist natürlich so problematisch, sag ich mal. Ob wir das überleben, da bin ich jetzt gespannt. Zum Glück haben wir hier schon die besseren Türen. Was machen die da? Ach, die klettern jetzt überhaupt von allen vier Seiten, aber wie darf ich das verstehen? Wo sind die anderen Zwerge? Helft doch bitte mit! Leute, das kann's doch nicht sein. Ich weiß, dass ich angegriffen werde, das seh ich auch. Wehe, ihr schlagt die Tür hier ein. Alter Zwerge, wo seid ihr? Ich bin ja da unten wieder rum, oder was? Das kann's doch nicht sein. Nein, die Tür gibt nach, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Wieso greift ihr nicht an? Ah, cool, und hier ist der Zauberer. Man sieht hier, der kann hier Blitze schleudern und das ist seine Spezialfähigkeit. Ach, das ist ja süß, die wollen sich hier reingraben. Gefällt mir so gar nicht, muss ich sagen. Dann muss ich wohl die Treppe etwas verstärken. Ja, das ist blöd. So, den könnt ihr töten. Hier das, der könnt ihr auch töten. Das da auch, das müsst ihr nicht abgraben. Was macht ihr hier? Tötet alles. Oh, niedriger Gesundheitswert. Moment. Ja, das ist jetzt nicht so optimal gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe, muss ich ehrlich gesagt sagen. Dass sie sich da durchgraben, das ist blöd. Also, damit hätte ich nicht gerechnet. Einerseits damit hätte ich nicht gerechnet. Andererseits hätte ich nicht damit gerechnet, dass die da hinten durch den Wassertunnel da reinsteigen. Das ist natürlich auch nicht ideal. Aber naja, was soll's. Mehr Herausforderung für mich. Juhu. Und ich wollte noch in dieser Folge jetzt endlich mal gucken, dass wir hier das Kämpfen mehr in den Hintergrund rücken. Und eher mehr graben. Aber das wird dann wohl nichts. So, was ist da? Macht da alles kaputt da unten? Da kommt eh nichts mehr. Nö, das ist okay. Wie, jetzt haben wir da... Nein. Ja, das Zeug müsst ihr ja töten, liebe Zwerge. Da wird schon wieder niedriger Gesundheitswert. Nein! Ach, verdammt. Ja, das ist jetzt echt ordentlich in die Hose gegangen, muss ich sagen. Ja, das ist jetzt schade. Ja, das ist jetzt... Brauchen wir ein bisschen mehr Ziegelmauern. So. Statt den Schienen. Gut. Ja, die Zwerge müssen sich jetzt alle schön erholen. Warum das der Block weg ist, keine Ahnung. Was sie sich damit erwartet haben, die 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 angreifen. Das weiß ich so jetzt leider auch nicht. Naja. Ja, Schaf, du gehst hier raus. Das kann es doch nicht sein, dass du einfach drin bist. Ich weiß nicht, ob ich hier auch dann... Eieiei. Gut, die Rüstungen haben sie zum Glück geholt. Das stört mich jetzt schon ein bisschen, dass das so mies gelaufen ist. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wann kann ich Tesla-Verteidigungstürme bauen. Die würden mich wahrscheinlich etwas... Ach, die kann ich ja schon bauen. Ich brauche nur Gold und und... Ja, Gold und Mitril. Ich muss echt mal kurz gucken, dass wir hier in den Gold-Layer runterkommen. Beziehungsweise Gold kann ich ja erst, wenn ich hier Experten-Bewaffnung... Wo habe ich denn hier erst? Ach ey. Stimmt, da brauche ich Experten-Bewaffnung. Da haben wir ja gesagt, wir bauen hier... Silberpfeile. Oh, wow. Komm, wir bauen Silberschwerter. Ne, wir bauen Silberspitzhacken, haben wir gesagt. Habe ich zu wenig Silber? Habe ich echt zu wenig... Ja komm, bau das ganze Silber mal bitte. So. Hier könnte man ein bisschen Fackeln setzen. La 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 la. Hey. Und hier auch noch eine. Okay. Ja, das war jetzt nicht so glorreich, wie ich mir das vorgestellt habe. Habe ich schon erwähnt, ne? Aber, gut, ich meine, es passiert manchmal. Man kann nicht immer siegen. Man muss auch mal verlieren können. Und das bedeutet, wir müssen einfach schauen, dass wir das nächste Mal... Baue Ziegelmauer... Einfach besser vorbereitet sind auf das Ganze. Ja. Das waren wir jetzt definitiv nicht. Aber wir müssen die hier unbedingt wegreißen. Ja, das Problem mit dem Wasser... Wir werden hier... Wisst ihr was? Wir bauen hier zu. Ich brauche diesen Gang hier ja ohnehin nicht. Wir bauen hier zu. Wenn die Wasser holen, dann sollen sie... Ähm... Dann sollen sie... Dann teleportieren wir uns hierher. Oder... Ja, genau. Dann teleportieren wir uns hierher. Wir brauchen hier den Verbindungsgang definitiv nicht. Das ist mir echt zu... Zu gefährlich. Also reiß das mal bitte alles weg. Und das bauen wir dann zu. So, da auch. Das ist, glaube ich, das Klügste. So. Und hier mal Ziegelmauer. Baue Ziegelmauer. Baue Ziegelmauer. Baue Ziegelmauer. Und hier Schnee ersetzen. So. Und was machen die Zwerge die ganze Zeit? Die machen irgendwas? Ja, gut. Irgendwas ist zwar auch immer ganz schön, aber nicht das, was ich will. Baah, wir müssen unbedingt... Na gut, Luxusdekoration brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir müssen hier Richtung Gold und Metril kommen. Da müssen wir kommen. Ja, und dazu bauen wir... Oder sollen wir die Silberschwerter bauen? Ich bin mir hier echt unsicher, was wir bauen sollen. Ich meine, Silberspitzhacken... Silberexte lassen wir, weil so viele Bäume hacken wir nicht um. Silberspitzhacken, die hätten schon ein Flair. Naja. Komm, ich glaube, wir bauen die Silberspitzhacken. Ach, und ein Zwerg ist ja immer noch tot. Das ist ganz toll. So, zu essen haben die eh noch genug. Ich meine, ich muss mal wieder ein bisschen kochen, habe ich gerade gesehen. Jo, und der Zwerg ist wieder da. So, dann werden wir den doch gleich mal wieder ausrüsten mit ganz tollen Sachen. Eisenachst und eine Eisenspitzhacke und einen Stahlschwert und überhaupt hier... Ach, guck mal, der hat die Weihnachtsmann-Rüstung und ist trotzdem... Ich habe die Silberhelme nicht ausgerüstet. Ich bin manchmal etwas verpeilt. Ja, ich habe Silberrüstung gebaut, aber habe sie noch nicht ausgerüstet. Das ist natürlich ganz klug. Moment jetzt. Achso, ich bin ein Idiot. Komm, lass den Weihnachtsmann-Anzug hier. Okay. So, Silberrüstung hier. Ja, das ist okay. Du bekommst auch noch einen Silberhelm, damit wir die Silberhelme ein bisschen aufteilen. Du auch. Und wir müssen dann gleich das ganze Metallzeug zerlegen wir wieder, damit wir die Rohstoffe haben. Gut, also stimmt. Ich habe eigentlich gesagt, stimmt. Ich will Rüstungen machen, vermehrt Rüstung. Sondern der hatte, wie es aussieht, hier einen Schleifstein eingebaut. Der Zwerg, das bekommt er dann natürlich auch. So, gut, okay. Ja, nun denn, nun denn. Ähm, äh, ein glorreicher Sieg. Haha, ähm. Aber man sieht ja, was bedeutet das Grün erst so? Das sind, ich gucke mir gerade die Minimap an, weil, wie gesagt, die kenne ich nicht so. So, wir graben hier ganz nach unten. Das ist schön. Der gräbt hier, keine Ahnung mit, weiß ich nicht was. Da müsste man dann eh schon auf einer Ebene sein, wo es interessante Mineralien gibt. So, da graben wir mal einen Referenz-Tunnel. Und das muss weg. Das ist jetzt ganz dringend. Ich meine die nicht, aber alle anderen. Und dann bauen wir dazu. Das da auch. Und das muss weg. Muss alles weg. Alter, was ist das schon wieder für ein architektonisches Meisterwerk hier? Im Moment. Ja, baue Ziegelmauer, baue Ziegelmauer, baue Ziegelmauer, baue Ziegelmauer. Sehr schön. Dann müssen wir das Haus eben verstärken, wenn das so ist. So, die haben alle schön zu tun. Ach ja, stimmt. Ich habe ja hier meine Gleisarbeiten, habe ich ja hier auch immer noch. Da ist viel Eisen. Das ist schön, stimmt. Ich wollte das Zeug schnell zerlegen. Eisenspitzhacke. Hier ein bisschen Schwert. Das Gute ist, beim Zerlegen erhalten wir auch ein bisschen Holz. Weil Holz ist eh Mangelware hier. So, zack, zack. Und das Skelettkeulen-Dings auch. Frostlingsbogen. Ach so, schön. Braucht kein Mensch. So, hier die Helme. Wir haben ganz viele Stahlhelme, die wir alle zerlegen können. Bei der bekommen wir voll viel Stahl raus. Das ist gut. Das gefällt mir. Stahl ist ganz wichtig. Brustpanzer. Holzrüstung. Ja, schön. Gut. Ähm, okay. Trank der Wiederbelebung. Toll, brauchen wir nicht. So. Nun denn. Also das, die machen hier fleißig. Da könnten wir, komm, den Pilz hauen wir weg. Und hier könnten wir eigentlich schon mal die Lore draufsetzen. Und können die schon ein bisschen mit der Lore hin und her düsen. Und bitte hier nochmal die Schienen. Wo haben wir die Schienen? Was? Wir haben neue Rohstoffe erhalten. Ach, versteinert der Gargoyle. Cool. Was das Ding auch immer bringt. Ähm, Schienen sind hier. Schienen-Ersatz-Verkehr. Wo sind wir unterwegs? Ähm, da. Eine Schiene. Toll. Eine ist noch übrig. Das finde ich gut. So, hier, das wird irgendwie nix. Da haben sie keine Lust zu, wie es aussieht. Wo wird die gekämpft? Was? Das? Was macht die da? So, da sind wir jetzt auch irgendwie ganz unten. Das gefällt mir ganz gut so. So, das setzen wir mal schön fackeln. Und ich werde angegriffen. Ach, wirklich. Ach, guck mal. So süß. Ja, es wird Zeit. Wir müssen auf jeden Fall. Komm, da setzen wir jetzt hier mal schnell ein Portal hin. Und bauen wir das mal zu hier. So. Das müssen wir leider ganz langsam machen. Weil anders wird es nicht gehen. Entferne Holzfalle. So. Zack, zack, zack. Und hier dasselbe. Und wie gesagt, wenn wir was brauchen von hier, dann... Wir könnten... Ja, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wenn wir hier den Weg hoch machen... Ich denke nicht, dass die so intelligent sind, die Gegner, dass die dann da... Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Na ja, schauen wir mal. Man darf es nicht verschreiten. Vielleicht ist es ja doch so. Aber na ja. So, gut. Einmal und gleich nochmal. Huh. Ah, cool. Bau ja eine Eisenbahn. Sehr schön. Das Problem ist nur, man bekommt echt viel zu viel Erfahrung... Äh, viel zu wenig Erfahrung für diese Kinder. So. Nun gut. Wenn wir könnten einen kleinen unterirdischen Entnahme... Wir könnten eine Entnahmestelle hier bauen. Das wäre eigentlich auch gut. Wir bauen eine Wasserentnahmestelle, dass hier so ein Kanal runter geht. Da bauen wir eine Wasserentnahmestelle rein. Wir brauchen eine Wasserentnahmestelle, dass man quasi... Das werden wir, glaube ich, auch machen. Das ist eine coole Idee. Das ist nur die Frage, ob das auch funktioniert, wie es soll. Aber ich denke mal schon. Hm. Ja, das machen wir. Das ist die Idee, die gefällt mir. So, einfach hier durchgraben. Und da ist dann so ein kleiner Brunnen. Der ist ungefähr auf derselben Höhe wie hier. Na ja, das geht jetzt toll so, ne? Oder... Na ja, komm. Jetzt erstmal... Erstmal schauen wir, dass wir hier durch zumachen. Da kommt ein Fäckelchen noch hin. Ja, oder... Ne, muss nicht. Muss nicht hin. Das machen wir weg. So. Wieso baut ihr da oben nicht, ähm, das hin, was ich gesagt habe? Macht das bitte. Hier, da hinten. Ja, der mit seinem Zauberstab, das ist prinzipiell gut. Wir sollten mehr Zauberer vielleicht sogar machen. Was ist mit... Ach Gott. Und ich denke mir schon, wo sind meine Zwerge? Dabei sind die hier wieder alle irgendwie verwirrt. Naja. Ich meine, kein Wunder bei diesen seltsamen Gebilden, die da entstehen. Durch das automatische... Sehr toll. Nein. Ach, cool, ein Paket. Wieso schon wieder ein Paket? Ach, noch eine Weihnacht. Das ist ja cool. Es gibt immer noch Weihnachtsbücher. Zu Weihnachten ist das schon vorbei. Tötet die Schnecke. Ach so, jetzt ist sie weg. Okay. So schnell wieder umbauen. Seltsame Gebilde hier. So baue jetzt. Ne, Moment. Wir müssen hier zuerst bauen, weil sonst schaffen das die Zwerge wieder nicht. Wobei, die hatten ja... Beim letzten Update haben sie ja die Intelligenz angebaut. Äh, angepasst. Angebaut, ja genau. Angebaut, angepasst. So gut, wir haben jetzt notleidig, wie es aussieht. Ich dachte, ich muss unbedingt... Ich befürchte, ich muss... Gut, es gäbe Goldschwerter auch... Ja, getan. Ich befürchte, ich muss trotzdem die Silberschwerter bauen. Wir müssen die als Zwischenlösung bauen. Das hilft alles nix. Wir haben... Wie viele Schwertkämpfer haben wir eigentlich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Komm, wir bauen neun Silberschwerter. Ich kann nur sieben bauen, weil ich zu wenig Silber habe. Dann bauen wir eben sieben. Wir müssen auf jeden Fall hier... Es hilft alles nix. Uh-oh. Uh-oh. Genau. Ach, Zwerge haben Angst. So. Ne, komm, das ist so nicht. Das muss nicht sein. Aber hier wäre mehr Silber zu holen. Was machen meine Zwerge eigentlich die ganze Zeit? Weiß man das? Die machen alle irgendwas, oder? So, da und da. Ich muss die Portale besser nutzen, glaube ich. So, und zu essen haben wir... Komm, geben wir mal ein bisschen Süppchen dazu. Und noch ein bisschen Süppchen. Und noch ein bisschen Süppchen. Und da kommt jetzt noch ein Ziegelstein rauf. Ähm. Baue Ziegelmauer. Sehr gut. Ja, gut, die... Also, ich habe keine Ahnung, was die Zwerge alle machen. Ich habe echt keinen Schimmer. Warum hier jetzt... Ja, ich... Ich frage gar nicht. Aber was machen die wirklich? Wo sind die alle unterwegs? Zwerge? Ich verstehe es nicht. Jetzt laufen die in dieses Portal rein? Warum? Hm. Fahren die jetzt alle hier nach unten, weil sie hier glauben, etwas Tolles machen zu können? Ich meine, wir könnten hier mal hacken anfangen. Ach, niedrige Gesundheitswerte, das fängt ja gut an. Hat ja keiner gesagt, dass du da oben herumlaufen musst, oder? Ach, stimmt. Ich habe ja da, genau. So, und da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie intelligent die Gegner hier programmiert sind. Ja, das war klug. Habt ihr das gesehen? Hauptsache, der baut da... Ach, ey, nee. Mir fehlen die Worte. Diese Intelligenz der Zwerge, die ist echt... Hallo, gehst du da bitte rein? Ja, was ist hier los? Ja, was ist hier los? Alter, nein, tötet... Oh. Cool, die haben da... Die haben da was gefunden. Ja, du solltest schleunig schlafen gehen, sonst bist du bald tot. Hier ist voll viel Eisen und Kohle und überhaupt und Zeugs und... Wow. So, hat er das jetzt gecheckt, oder steht er jetzt immer noch blöd hier in dem Loch? Ja, er hat's gecheckt. Na, Gott sei Dank. Intelligenz der Zwerge. Ja, das ist ein eigenes Kapitel der Zwergengeschichte. Okay. Ja, dann schlaft doch bitte. Das Problem ist, die nächste Monsterwelle kommt ja schon wieder fast. Was ist hier? Wieso setzt du hier... Bauer bitte eine Ziegelmauer hin. Wieso ist die Ziegelmauer hier weg auf einmal? So, wie sieht es aus? Kann ich einen Tesla-Turm bauen? Ich brauche das. Gold kann ich immer noch nicht machen, weil ich immer noch nicht hier... Ach, hey, ich muss unbedingt hier mit dem... Ja, ich brauche mehr Silber. Es hilft alles nichts. Silberspitzhacken. Ach, ich kann vier Silberspitzhacken bauen. Das nutzen wir doch auch gleich mal aus. Zack und zack. La, 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 la. Damit das voll wird. Und ich muss Silber sammeln. Es hilft alles nichts. Mehr Silber. Cool. Aber wie gesagt, mehr Silber braucht das Land. Hier rüber und dann da und... Ach, da unten. Ja. Ist etwas gefährlich. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht reinfallen. Weil da sterben die Zwerge dann gleich wieder. Und vor der nächsten Monsterwelle rüsten wir uns dann einfach schön aus. Ach, gucke mal. Töte ihn. Und kann das vielleicht auch mal irgendwer wegmachen. Ich werde euch da sehr verbunden. Kommen wir den Schneeräum auch weg. Vielleicht kommt dann irgendwann mal... Ähm, Bäume. Ja, komm, baue die Ziegelmauer. Danke. Aber ich muss die auch unbedingt wegräumen. Ach, guck mal. Die wollen da rein. Die Arme. Die wollen da wirklich rein. Oh. Oh. Na ja. Kann passieren. Ja, es ist schön, dass sich der Tümpel immer weiter füllt. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, über diese Linie wird er es nicht schaffen. Schauen wir mal. So, da setzen wir auch noch eins hin. Und wie sieht es aus mit der Silbergewinnung? Wir brauchen Silber. Setzen wir hier mal ein bisschen Fackelzeugs hin. Und ja, wir könnten... Wir könnten es den Zwergen leichter machen, indem wir hier einfach ein paar Proteste machen. Aber hier... Ich sehe hier nicht wirklich viel Silber. Hier ist ein bisschen Silber, aber ich glaube, wir müssen für Silber... Ja, aber das ist schon die richtige Ebene für Silber. Ich setze mich hier mal eine Fackel. Boom. Oh mein Gott. Ich werde angegriffen von einem... Ja. Schlürfviech nennt man das. Schlürfviech. Zack. Das ist weg da. Das sieht interessant aus. Das ist ein interessantes Gebilde hier. So. Nun gut. Ja, das ist endlich fertig. Da bin ich jetzt froh. drüber. Machen wir schön zu. Sehr gut. So, das sollte jetzt hoffentlich reichen, dass das etwas besser geschützt ist hier. Dass sie sich da nicht wieder durchgraben. Und hier bin ich gespannt, ob sie es probieren, sich durchzugraben. Kann natürlich gut sein, aber... Naja, wissen tut man es nicht. Aber auf jeden Fall, wir haben zu hier. Wir haben zu hier. Ja, das ist auch schönes Deutsch gesprochen. Ja, wir haben zu hier. So. Gut, hier ist aber... Hier ist echt kein Silber. Und wo sind meine ganzen Zwerge? Was machen die alle? Du... Okay, du hackst hier. Du läufst hier. Irgendwie sind das ja... Ach, da unten haben wir auch noch. Okay, der schläft. Das ist okay. Der macht auch irgendwas. Der... Keine Ahnung, was der hier macht. Ja gut, ich meine, sie machen schon alle irgendwas. Aber das Problem ist eben, dass irgendwas... Es hilft mir nichts, wenn die irgendwas machen. Die müssen... Was? Ja, dann geh doch bitte schlafen. Und setz ein bisschen mehr Fackeln, Leute. Ach, da ist Mithril. Das ist ja cool. Da müssen wir hin. Moment. Wir müssen das Mithril abhacken. Tötet... Tötet den Gegner. Der nicht da. So. Was macht der? Wieso sinkt der hier so seltsam, merkwürdig, klein nach unten? Ja, und übrigens, der Blitz, der hat den selben Effekt. Also der Mithril stammert den selben Effekt wie der Tesla-Turm. Der Blitz, der... Wie schon wieder? Bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Ja, geh bitte schlafen. Hallo, geh ausruhen. Danke. Das ist cool. Da liegt einfach Mithril rum. Ah, Mithril brauchen wir ja gar nicht. Wir bräuchten ja ein bisschen mehr Silber. Ja, aber wir haben ja zu wenig Silber. Ach doch, wir könnten wieder welches machen. Machen wir doch schnell. So, und ich glaube, wir könnten kochen auch mal wieder. Moment. Ne, nicht ausrüsten. Ich will eigentlich fertigen. Nehme ich kochen, Brötchen. Machen wir ein paar Brötchen. Da haben wir genügend ein paar Steaks. Könnte man wieder machen. Die mögen sie zwar nicht so gern, die Zwerge, aber ich meine... Man kann es sich oft einfach nicht aussuchen. Ach, wir haben keinen Fisch mehr. Und wir haben keine Kohle mehr. Ach ey. Wir haben keine Kohle mehr. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, wenn wir keine Kohle mehr haben, da kann ich natürlich Silber sammeln, wie ich will. Das ist natürlich nicht cool. Ich werde schon wieder irgendwo angegriffen. Ja, da oben, das ist okay. So, wir haben keine Kohle mehr. Das bedeutet, wir bauen hier mal die Kohle ab. Hier könnten wir, aber das ist nicht so viel. So, da setzen wir auch noch eine Reihe dran. Ach, guck mal, die sind so süß. Die wollen hier durch, aber sie kommen nicht durch. Na, ha, ha, ha. Sehr schön. Ja, ich glaube, das ist eine notwendige und wichtige bauliche Maßnahme, die wir da getroffen haben. Das wir da zugemacht haben. So, der Lift geht schon bis ganz nach unten. Also nicht ganz, aber das sollte so ziemlich ganz unten sein. So, wir brauchen Kohle. Komm, das bauen wir von oben ab, hätte ich gesagt. Ja, Kohle ist ein wichtiger Rohstoff. Es ist nicht zu vernachlässigen, weil den braucht man wirklich für alles. Für die ganzen Erze, die man einschmelzen will, braucht man Kohle. Ja, gut. 17 Minuten, also In-Game-Minuten. Haben wir noch bis zur nächsten Monsterwelle. Das freut mich sehr. Und ich werde die Zwerge... Moment, jetzt haben wir. Wir könnten sie jetzt... Jetzt rüsten wir... Doch, rüsten wir sie jetzt schon aus. So, jeder bekommt sein Silberschwert. Haben wir sonst noch irgendwas gebaut? Nee, aber wir haben noch eine Weihnachtsmütze. Ähm, ich glaube, die Weihnachtsmützen sind stärker als die Silberhelme, oder? 12, genau. Die Weihnachtsmütze, die hat 20, ja. Die sind nämlich voll stark. Voll die tollen Dinger. So, hier. Du bekommst auch ein Silberschwert. Und ich sehe gerade, wir haben ja Silberspitzhacken auch schon. Du bekommst auch eine Silberspitzhacke. Du hast einen Mitrillstab. Das ist schön, aber du... Achso, du hast doch schon eine Silbersch... Was ist das denn eigentlich? Achso, das ist Stahl. Weil die haben alle noch Eisenspitzhacken gehabt. Oh mein Gott, ja. Da wundert mich nichts. Da wundert es mich nicht, dass nichts weitergeht hier, ne? So, du hattest eh die Weihnachtsmütze. Genau. So, du hast einen Bogen. Das ist okay. Haben wir noch eine Silberspitzhacke? Ne, aber Stahl haben wir noch. Stahl. So, Stahl. Und ein Silberschwert. Du hast eh einen Bogen. Wir haben nur noch Eisenspitzhacken. Silberschwert. Silberschwert. Hier einen neuen Helm. Und ein Silberschwert natürlich. Und dann brauchen wir noch eins, zwei... Zwei Silberschwerter brauchen wir noch. Die bauen wir doch gleich. Also, nö, bauen wir nicht. Aber wir haben keinen Silber. Aber komm, wir zerlegen das andere Zeugs gleich mal. Nicht, dass uns das wieder sinnlos unterkommt irgendwo im Inventar. Und wir brauchen das dann nicht. So, wir haben Bogenschützen. Wir könnten Silberpfeile machen. Nur das Problem, was ich immer habe mit den Silberpfeilen, ist, dass das... Ah, Silber ist fast zu wertvoll, um Pfeile draus zu machen. Ich meine, man bekommt zehn Pfeile pro Silberblock, aber... Ich finde trotzdem, es ist zu wertvoll, um es für Pfeile zu vergeuden, irgendwie. Das ist mein Problem damit. So, da haben wir Kohle. Komm, dann setzen wir hier mal ein Portal hin, damit es auch etwas schneller geht hier. Kohle, wo haben wir noch? Wir hatten doch irgendwo noch so einen Riesen-Kohle-Vorrat, den wir uns... Oh, hier! Hier haben wir einen Riesen-Kohle-Vorrat, den wir uns aufgespart haben. Den könnten wir jetzt eigentlich anzapfen. Komm, das hacken wir jetzt alles komplett ab hier. Lalalalalala! So. Das ist wirklich... Da haben wir dann genug mal für eine Weile, hoffe ich zumindest. Das ist echt ein Riesen-Vorrat, vor allem hier. Alter, das geht da unten auch noch ins Sport. Ja, sehr gut. Die sind sogar gar nicht mehr so... Gar nicht mal so unintelligent beim Abbauen. Habe ich das jetzt wirklich gesagt? Oh mein Gott. Sie sind natürlich extrem unintelligent beim Abbauen. So. Wir machen es wieder Reihe für Reihe, weil sonst schaffen die das sowieso nicht. Wir machen es nicht mehr so ein Riesen-Kohle-Vorrat, die wir uns aufgespart haben. Zwerge, ich meine, wenn du da runterfährst, dann kann ich dir nicht helfen. Wenn du so wenig klettern kannst, dass du das nicht mal schaffst. Wozu bist du ein Zwerg geworden? So. Und das da. Und das da. Oh, neues Paket. Juhu. Eine weitere Rüstung. Ich frage mich, ob es Weihnachtsstiefel gibt. Und ich finde es interessant, dass es immer noch die Weihnachtssachen gibt. Weihnachten ist doch schon vorbei. Das ist übrigens die Neujahrsaufnahme. Oder beziehungsweise die Silvesteraufnahme. Altjahresaufnahme. Keine Ahnung, wie man es nennen will. Auf jeden Fall. Das ist der 31.12.2015. Und ich dachte mir, letzte Folge war Weihnachtsfolge. Machen wir diese Folge Neujahrsfolge. Und ja, da quatschen wir dann zum Schluss ein bisschen, hätte ich gesagt. Jetzt erstmal müssen wir uns drauf konzentrieren, dass die Zwerge ja erfolgreich die Kohle abbauen, weil das ist nie so sicher bei denen. Ach, guck mal, das Portal ist weg. Da müssen wir ein neues Portal machen. Ja, kannst dich schon aufregen, Zwerg. Ah, cool, da ist eine Eisenluke. Die nehmen wir natürlich gleich mit. Wie kann ich die entferne Eisenluke? So, aber da müssen wir natürlich zuerst reingraben. Hm. So, da, da, da. Da ist Silber, das holen wir uns dann auch gleich. Ja, wir müssen mehr gezielt die Erze sammeln, habe ich das Gefühl. Dann kommen wir da auch weiter. Ja, und ich sehe gerade die nächste Monsterwelle. Steht schon vor der Tür. Ist natürlich nicht ideal. Sollten wir mal schnell die zwei Schwerter, können wir die jetzt machen? Ja, komm, wir bauen schnell die zwei Schwerter. Wir schauen, dass wir silbermäßig haben. Ach, wir haben Silbererze auch, ganz okay. Da müssen wir zielgerichtet unten das Silber abbauen. Das machen wir dann als nächstes. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir hier die ganze Kohle wegreißen können und da einen Weg bauen und da eine Fackel setzen und da eine Fackel setzen, dass es nicht ganz so dunkel ist und hier natürlich auch eine Fackel setzen. Und wenn wir schon dabei sind, setzen wir hier auch gleich eine Fackel. So, dann da unten den Silbervorrat. Dann holen wir uns das Nächste. Tja. Gut, 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 gut. Okay. So, dann holen wir uns hier schnell den Silbervorrat, wie gesagt. Ah, diese Spitzhacken, die schlechten. Und jetzt ist die Frage, sollten wir uns eher Ausrüstung, wir sollten uns eigentlich eher, glaube ich, Ausrüstung machen. So, ich denke, Eisenrüstung hat jeder. Ja, zum Glück. Dann könnten wir hier die Eisenrüstung schnell zerlegen. Das Gute ist, dass wir die Weihnachtssachen immer mal kriegen, weil die sind gar nicht mal so schlecht vom Rüstungswert her. So, die Eisenschwerter, sind die schon fertig? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil so schnell wie meine Zwerge arbeiten, sind die übermorgen noch nicht fertig. Also die Silberschwerter meinte ich natürlich. Ah, da ist auch ein cooler, großer Kohlevorrat, so gefällt mir das. Boah, aber das, das merkt man schon hier bei diesem Gestein, da geht das Hacken schon viel langsamer voran. Alter. Klapp, 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 klapp. Ja, es ist wirklich die Frage, was mache ich aus dem Silber? Mache ich Rüstungen, Waffen oder Werkzeuge? Ich meine, es gibt keine Goldwerkzeuge, es gibt da noch Mitrilwerkzeuge, aber Mitril ist mir immer ein bisschen zu wertvoll für Werkzeuge, muss ich ganz ehrlich sagen. Da mache ich lieber Rüstungen bzw. Waffen draus, ja. Schwerer Bogen, Mitrilhammer. Oh, wir werden vielleicht manche Schwertkämpfe zu Hammerbrüder machen oder auch nicht, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber da müssten wir hier Lager, Stahltür, ja, wir müssen Tesla-Türme bauen. Und dazu brauchen wir endlich mal Gold. Heieiei. Und damit wir Gold machen können, brauchen wir erst Silber, aber wir haben ja auch noch kein, da war ja Gold, wir haben ja auch noch kein Gold, wir haben ja noch gar nichts. Wir sind eigentlich voll schlecht unterwegs und wir werden schon wieder angegriffen. Oh mein Gott, nein, greif mich nicht an. Aber wo waren wir? Da waren wir so. Naja. So, und zack, und jetzt schauen wir noch mal kurz hier die Gänge, die sind eh schon dicht, ja, das sieht gut aus. Ein bisschen mehr können wir noch dranpappen. Ja, super. Gold. Wo ist Gold? Wir haben es leider etwas blöd erwischt, wir haben hier leider kein Gold gefunden. Wir graben hier jetzt mal ein paar Referenz-Tunnel, damit wir auch wissen, auf was wir uns einlassen. Hier ist Eisen, okay. Ich werde immer noch angegriffen, jetzt nicht mehr. Oh. Ne, ja, ein bisschen voll ist es geworden. Ja, vielleicht, schauen wir mal, vielleicht wird es, wird es ganz voll irgendwann mal. Das wäre cool. Außer es reißt dann die, die, äh, Lampen ab. Das wäre ja nicht so cool, aber, naja, muss ja nicht sein. Schauen wir mal, schauen wir mal, was sich ergibt. So, hack, hack das Zeugs weg. Sehr gut. Ach, und ich werde schon wieder angegriffen. Ich werde immer angegriffen irgendwie. Ach, von der Spinne. Ja, das ist okay. Ich könnte, wow. Oh mein Gott, nein. Ja, das ist auch eine schöne Neuerung hier. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, nein. Es ist ein Vieh, das Tunnel frisst. Ja, es gibt es erst seit Level 2. Und eigentlich ist das ganz gut, weil es unterstützt mich, weil das hilft mir hier, die Gänge zu graben. Also eigentlich ist das ganz praktisch. Ja, weil man sieht ja, das hat jetzt einen Gang reingefräst und da ist ganz viel Material rausgekommen und so. Also eigentlich gar nicht mal so negativ, muss man sagen, ja. Und ich, ich sehe gerade, ähm, ich bin kurz vorm Kampf. Ich muss gucken, ich muss zusehen, dass wir hier, äh, Zwerge, komm. Und dann ausruhen, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, elf, zwölf. Okay. So, dann ausrüsten. Wir haben die zwei Silberschwerter, sind wunderfertig. Das wundert mich jetzt wirklich, weil, naja. Mit Schnelligkeit, ähm, haben es meine Zwerge nicht so. Gut, und wie viel Silber haben wir jetzt? Wir sollten ja eigentlich wieder ein bisschen Silber haben. Wir müssen ja auf jeden Fall das Silber machen. Aber wir haben noch viel zu wenig, viel zu wenig, viel zu wenig, viel zu wenig. Sie wird wahrscheinlich wieder in einem Massaker enden. Ich hoffe nicht. So, dann legen wir denen auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen Bier hin, damit die ja alle turbomäßig beschwipst werden. Ja, es ist interessant. Da haben sie dann so einen Blitz, was das auch immer bedeutet. Was bedeutet der Blitz? Bedeutet das, dass du jetzt, nee, komm, ihr bleibt jetzt erstmal herinnen im, im Haus. Ja, okay, komm, ein bisschen könnte schon raus. Ist nicht so tragisch. Solange ihr euch nicht wieder zu sehr verletzt, liebe Zwerge. Weil die Monsterwelle kommt und ihr müsst da fit sein für die Monsterwelle. So. Gut. Ja, dann warten wir mal kurz ab. Ähm. Und. Ja, warten auf die Monsterwelle. Eine Minute 40. Gut. Gut, ja, ich meine, hallo, ich hätte euch irgendwann mal, glaube ich, erwähnt, dass ich hier ganz gerne Fackeln gesetzt hätte. Aber die Zwerge ignorieren prinzipiell meine Befehle, weil die glauben ja, sie sind autonome Wesen. Was sie definitiv nicht sind, denn ich bin derjenige, der einem sagt, wo es lang geht. Aber die haben alle einen Blitz über den Kopf, das bedeutet wahrscheinlich, dass sie Bier getrunken haben. Alter, wieso? Die saufen das Zeugs hier weg, das ist ein Wahnsinn. Also Bier ist definitiv hier das Power-Ding schlechthin, habe ich das Gefühl. Ich meine, ist ja wirklich so, ne? Toll, ich werde angegriffen, das finde ich gar nicht gut. Jetzt schon? Ach ey, nein, mach das nicht, geh weg hier. Mauer zu Portal geöffnet. Eins. Zwei. Bitte kein Grittes, bitte kein Grittes. Das sieht gut aus. Okay, sind die beide auf derselben Seite? Nein, völlig nicht. Gut, sie laufen in die richtige Richtung, das ist schon mal gut. Ach, und sie versuchen schon wieder hier rein zu graben. Wieso, wo wollen die jetzt hier hin? Geradeaus, oder wie darf ich das verstehen? Na, bleib bitte im Haus, liebe Zwerge. Gut, schauen wir mal, was die jetzt vorhaben. Ja, eine hat Angst, obwohl er voll energetiert. Das ist etwas merkwürdig. So, gut, boah, voll das Durcheinander hier. Aber die Türen halten stand, wie es aussieht. Noch. Zwerge, wie so greift die nicht an. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, wie gut das ist, diesmal. Und so lauf die alle da vorn. Zwerge, wieso lauf die alle davon? Muss ich, ach ey. Ich find's immer so doof, dass die auf einmal Angst haben und davonlaufen. Das könnt ihr doch nicht machen, liebe Zwerge. Das geht doch nicht. Und da, und da, und da, und da, und da, und da. Der ist ja, der ist wirklich kurz am Ende, aber die anderen, die sind eigentlich, die wären eigentlich okay. So, sagen wir mal, sie dürfen die Unterkunft, obwohl das Problem ist, wenn die die Unterkunft nicht verlassen dürfen, dann kämpfen die auch teilweise nicht dagegen. Und das ist ein bisschen das Problem. Ach, liebe, ihr gesundheitswertes nicht gut. Ja, kaum sage ich, sie dürfen die Unterkunft verlassen, gibt es irgendwelche todesmutigen Wahnsinnigen, die gleich irgendwo, ach ey, ach ey. Ja gut, der hat nicht die beste Rüstung, muss man sagen. Ach, komm, bleibt im Haus. Ich bräuchte mehr Fernkämpfe. Ihr dürft raus. Tötet nur die Gegner. Das Wichtigste ist, dass ihr die Gegner töten. Nämlich nach Möglichkeit vor Tagesbeginn, damit wir endlich auch mal wieder den Boni erhalten. Also den Erfahrungspunkte-Boni. Ei, ei, ei. Oh, diese Geräusche. Ich muss wieder Heiltränke kaufen oder machen, weil irgendwie die gehen zur Neige. Immer dieses Heiltränke. Drank-Buffing hier, ne. Das ist, ich weiß gar nicht, ob das so gedacht ist. So, und hier. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, natürlich wird wieder Tage und wir schaffen es wieder nicht, wie es aussieht. Schade eigentlich. Nein, niedrige Gesundheitswerte. Ich will nicht, dass ein Zwerg stirbt. Ein Zwerg soll bitte nicht sterben. Ja, der ist natürlich wieder kurz vorm Sterben. Ach ey, wir haben wahrscheinlich, ja. Ja, schade, 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 dass wir die Monsterwellen nicht mehr schaffen. Ich hoffe, das wird dann besser mit der besseren Ausrüstung. Sobald wir dann wirklich auf Mithril sind, sollte das wieder besser sein, ja. Mithril und ein bisschen bessere Verteidigungstürme. Alter. Was macht ihr, Zwerge, bitte? Kann mir das irgendjemand erklären? Alter, die lassen sich hier... Alter! Was machst du, Zwerg? Wieso? Warum? Ich verstehe dich nicht. Du das nicht. Ja. Ich sehe schon wieder alles zu spät. Wieso töte ich dir nicht, Zwerge? Wieder niedriger Gesundheitswert. Alter, jetzt glaube ich es dann bald. Du? Nö. Du? Nö. Du! Ah, guck mal. Ja, komm, dich heilen wir, weil es okay ist. Aber jetzt habe ich so viel Tränke verbraucht und habe nichts erreicht. Wirklich null. Das ist echt ein bisschen schade. So, das. Und. So. So. Ja. Ei, ei, ei. Aber dafür bekommen wir ganz, ganz viel Erfahrungspunkte. Nicht Erfahrungspunkte, ich meinte Items natürlich, weil... Die Gegner lassen trotzdem viele Items fallen. So, und hier. Ich hätte eigentlich gesagt, wir sollen das mal wegräumen hier. Ja, schade eigentlich. Also, ich muss mehr zielgerichtet wieder Sachen sammeln. Hier könnten wir vielleicht dann echt auch mal den Fackel wieder setzen. Und Silber. Wir brauchen Silber. Hier auch eine Fackel. Bzw. also, wie viel Silber haben wir denn? Wir haben zwölf Silber. Das ist nach wie vor noch viel, viel zu wenig. Und Gold haben wir natürlich noch viel weniger. Wir müssen hier mehr nach links und rechts. Ich muss mehr auf die Ausrüstung schauen. Rüstung und vor allem, ja, vor allem eigentlich Rüstung. Ich meine, die Silberspitzhacken haben wir jetzt eh auch schon größtenteils, glaube ich, hergestellt. Oder wie viele Zwerge haben wir? Naja, größtenteils eigentlich auch nicht, oder? Da fehlen mir eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Acht Silberspitzhacken. Ja, haben wir größtenteils schon hergestellt. Klar. Und ich habe echt 13 Silber. Da müsste ich ja wohl acht Silberspitzhacken machen können, oder? Hallo? Machen wir das doch mal bitte. Also, falls ich sie finde. Hier, Silberspitzhacken. Hier. Acht. Sechs. Ja, von mir aus. Machen wir eben nur sechs. Ist auch okay. Ja, das Gute ist, Expertenbewaffnung haben wir dann durch. Das ist prinzipiell schön. So, und hier gehen wir weiter rüber, weil wir brauchen, ja, wir brauchen Gold und Silber und überhaupt ganz viele tolle Rohstoffe brauchen wir, die wir nicht haben und so auch nicht kriegen. Komm, wir könnten hier diese Hütte ausräumen. Die gefällt mir eigentlich ganz gut. Findet ihr einen Geheimraum? Juhu, wir haben einen, wow. Und ich habe ein, ein Laib Brot erhalten. Ein Laib Brot. Wow. Danke, Spiel. Ach, und ein Paket. Cool, und da oben ist Gold, sehe ich gerade. Zack. Yay. Eine weitere Weihnachtsmütze. Schön. Es ist schön, wenn man so schön beschenkt wird, ne? So, und hier die Stühle weg und die Lampe weg und das Bild weg und... Mitril, da unten ist Mitril. Huch. Juhu, Expertenbewaffnung haben wir auch sehr schön. Und jetzt schauen wir mal, Gold, wie viel ich kann drei... Ach, hey. Ja, ich habe ganz viel Gold, wie man sieht. Gold in Massen. Mit drei Bahnen komme ich weiter, kann ich... gerade mal... Ja, ich... Mir fehlen die Worte. So, da könnte man weitermachen, aber das bringt alles nichts. Das Problem ist wirklich... Was, was soll das? 200 XP? Ich meine, wir brauchen für... Das ist voll umsonst. Hier, repariert das Portal 20 XP. Wir brauchen für die nächste Stufe 512.000 XP. Ja? Ungarn! Da, was bringen wir da 20 XP, bitte? Leute, das ist umsonst. Vollkommen umsonst. Nicht nur ein bisschen umsonst. Vollkommen umsonst. Deshalb, ja, mache ich diese Aufgabe nicht, weil ich es einfach nicht auszahlt. Und hier ist auch Mitril. Sind wir hier vielleicht zu tief schon für... Für Gold? Ich meine, ich habe auch kein Problem gegen Mitril, muss ich sagen. Aber, ich brauche Gold. Mitril braucht man natürlich auch dann fürs Portal, das ist klar. So, jetzt hacken wir hier raus. Boah, aber die schlechten Spitzhacken. Man merkt so richtig, das dauert alles ewig und noch drei Tage, bis wir da durchkommen. So, gut. Ja, jetzt sind die Zwerge wieder irgendwo gekommen. Da lassen wir nochmal... Helfen wir ihnen nochmal ein bisschen mit dem Zeug nach Hause tragen. Dann hier mit dem Wimps, das ist so okay. So, und dadurch... Ah, da ist Silber. Brauchen wir Silber noch? Ein bisschen Silber, glaube ich, brauchen wir noch. Weil wir müssen schauen, dass wir die... Vielleicht dann irgendwann mal die Äxte machen aus Silber. So. Ach, und da unten das Vieh will wieder los. Losgraben darf es natürlich... Das ist ja interessant. Das ist auch eine interessante Kammer. So, und ich habe schon wieder keine Gerüste mehr, weil die wieder alle hier irgendwo herumstehen. So, zack. Und zack. Oh. Aber du bist... Zwerg, du bist sehr wagemutig, muss ich sagen. Nein. Ach so, der Block fällt jetzt runter. Ja, das ist okay. Aber die bleiben da drinnen. Das ist wichtig. Obwohl, wir könnten sie eigentlich auch töten, glaube ich. Ich werde angegriffen. Oh mein Gott, nein. Ich werde angegriffen. Und Zwerge, wieso? Was ist mit euch? Die stehen da oben rum und tun nichts. Es gibt so viel zu tun und die stehen da oben rum und tun nichts. Was ist mit euch Zwerge? Könnt ihr doch nicht bringen. Manchmal frage ich mich wirklich, ne? Ach so, das Grüne ist irgendwie... Was ist das Grüne genau? Weiß man nicht. Ja, komm, egal. Hacken was weg. Töten wir hier diese kleinen Viecher. Hey, töten Sie alle! Und ich hoffe mal, dass ihr das zumindest schafft. So hat der jetzt kein Problem für euch darstellen, liebe Zwerge, oder? Boah, da oben ist auch voll viel Gold. Ah, das gefällt mir gut hier. Das ist genau meine Welt hier. Ich hab echt keine Gerüste mehr. Ich muss gucken, wo ich Gerüste habe. So, das ist blöd. Das muss man natürlich anders machen hier. Aber mir fehlen die Gerüste. Wie sollte ich die Welt erbauen, wenn ich keine Gerüste habe? Das ist wirklich eine gute und berechtigte Frage. Wo liegen meine ganzen Gerüste? Da sind noch welche. Gut, da ist auch noch einiges an Rohstoffe drin. Aber die Zwerge haben ja keine Lust, wie man weiß. Ähm, ja. Ähm, ja. So, gut, hier. Da sind noch welche. Die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Die könnten wir auch rausreißen. Das ist schön, da kriegt sie sich auch weiter durch. Zack, und komm. Hier eine Fackel, hier eine Fackel. So, und hier hauen wir alles schön raus. Weil dann kommen wir hier zum Gold. Und ich werde immer irgendwo angegriffen. Das ist aber nichts Neues. Das ist auch Gold, sehe ich gerade. So, und wie sieht das jetzt aus? Könnten wir jetzt? Abwehrtürme. Komm. Wo sind wir da? Ach, ich kann Goldrüstung bauen. Das ist schön. Aber ich brauche Abwehrtürme. Abwehrtürme sind nicht hier. Ich vergesse das immer wieder. Ja, da, Tesla-Turm. Sehr schön. Ich kann einen Tesla-Turm bauen. An was liegt es? An was liegt es? Bestimmt an... Ja. Bestimmt am Gold, klar. Natürlich ist es das Gold. Und Silber haben wir auch noch zu. Haben wir auch fast nichts mehr. Das ist ja... Zum Heulen ist das. So, einen Tesla-Turm. Juhu. Aber wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir primär jetzt Tesla-Türme machen. Weil wir müssen unser Haus besser abwehren. Das hilft alles nichts. Also, so schön wie es auch ist hier. Zwerghausen, aber... Also hier herunten herumgraben. Aber wir müssen da oben das Haus abwehren. Und wir müssten es eigentlich auch um eins höher machen. Komm, das machen wir jetzt auch gleich mal. Reißt das Dach weg. Also hier zuerst den Schnee. Weil die Tesla-Türme für alle findigen Crafty World-Spieler, die wissen, die Tesla-Türme, die kann man bis zu drei hochbauen. Und das wollen wir natürlich komplett ausnützen. Deshalb müssen wir hier etwas höher bauen. So. Reißt dir gleich das Dach hier weg. Also, reißt weg. Klapp, kapp, kapp, kapp. Dann können wir hier das wegreißen, weil wir müssen da... Obwohl, nee, das reißen wir erstmal noch nicht weg. Das reißen wir erst nachher weg. Jetzt bauen wir erstmal hier diese da. So. Und gleich ein Dach. Wo ist das... Wo ist das Ziegeldach? Hier ist das Ziegeldach. Zack. So. Jetzt setzen wir da die da. Das müssen wir wegreißen. Wobei, komm, da warten wir noch. Wir lassen die jetzt wirklich erstmal hier das Fertigbauen. Alles schön. Und ich muss auch sagen, hier diese Fackeln. Alter, was habe ich mir denn da designtechnisch wieder gedacht? Hier einfach so hässliche Fackeln reinzusetzen. Na ja, manchmal, ne? So, jetzt reißen wir hier die Wand weg und kloppen hier was rein und da was rein. Klapp, klapp. Ist das ein neues Geräusch? Ich glaube, das ist ein neues Geräusch. Das hört sich neu an, das Geräusch. Nein? Ich habe schon wieder keine Gerüste mehr. Na toll. Na toll. Wenn nicht wegreißen. So. Und rüber, 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 rüber. Das sieht alles noch etwas merkwürdig aus, aber das wird dann natürlich alles schöner gemacht. Nämlich hier, dann machen wir das so. Und dann machen wir da auch so. Ja, toll. Und dann können wir das Dach schon draufsetzen. So gefällt mir das eigentlich ganz gut. Wenn das so schnell und unkompliziert funktioniert. Ist ja bei den Zwergen keine Selbstverständlichkeit. Nein, nicht die Tür. Die darfst du gerne wieder aufmachen. Komm, nutzen. Nein, nicht jetzt. Jetzt beginnt es zu schneiden. Na toll. Ich wusste es. Ich wusste, dass mir hier der Schnee wieder dazwischen kommt und dass ich das Dach nicht durchbekomme, bevor der Schnee kommt. Toll. Ei, ei, ei. Reißt weg den Schnee hier. Ja, das ist klug. Der eine setzt Sinn, während der andere... Ach, komm. Haut weg den Schnee. Nervt mich nicht. Haut weg den Schnee. Baut das Dach. Macht das etwas besser. Zack. Da ist schon wieder Schnee. So, nochmal. Können wir noch einen Tesla-Turm bauen? Ja, wir können noch einen Tesla-Turm bauen. Haben wir noch Gold? Was ist jetzt? Was? Wie jetzt? Gold? Ich will noch Gold bauen. Können wir noch Gold? Ja, wir haben wieder ein bisschen Gold gefunden. Das ist schön. Und wir hauen das ganze Gold für Tesla-Türme raus. Ob das klug ist, wird sich herausstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher. So, baut man hier das fertig. Zack. Rein da. Oh, das sieht ja also... Wow. Design-technisch... Äh, ist schon erste Sahne, ne? Ja. Ja. Gut. Schaut schon besser aus. So, dann haben wir hier das neue Dach. Und dann können wir hier... Was reißen wir hinweg? Komm, wir reißen gleich den da weg. Hätte ich gesagt. Den verletzt du. Weil da kommt gleich ein Tesla-Türm hin. Zack. Also, zack. Ähm. Ja. Dauert nur 100 Jahre. Aus welchem Grund auch immer. So, und den hauen wir auch gleich weg. Weil dann haben wir da einser Tesla-Türme. So, jetzt dachte ich schon, der schießt nicht aus irgendeinem Grund. Naja. Naja, sag ich damals. So. Gut, wie sieht's hier im Bergbau aus da unten? Ähm. Ach, du bist ja... Bist ja wieder sehr intelligent. Alter, da ist viel Gold. Das ist... Das ist mein Freund da hinten. Diese... Diese Mine, die gefällt mir. Das gefällt mir gut doch. Alter, voll viel Gold. Reiß raus den Scheiß. Und da oben ist auch noch voll viel Gold. Das haben wir auch noch nicht abgeerntet. Boah. Das ist... Das... Das gefällt mir ganz gut hier. So. Zack, zack, zack. Und... Boah. Das ist sehr schön. So, so stelle ich mir das vor. Genau. So sollte das sein. Ich werde da angegriffen, aber das ist mir erst mal egal, weil ich sehe Gold. Und sobald ich Gold sehe, da... Ja, da, da, da... Setzen bei mir alle... Alle anderen, ähm... Instinkte aus. Denn es geht nur ums Gold. So, hack, 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 hackt. Alles weg. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ach, da ist... Ist da schon wieder so ein Viech gekommen? Schaut so aus, oder? Na, egal. So, gut. Den zweiten Tesla-Turm setzen wir dann da hin. Und können wir gleich noch einen bauen. Ich muss unbedingt Tesla-Türme bauen. Ich weiß nicht, ich habe so ein Verlangen, Tesla-Türme zu bauen. Können wir noch ein paar bauen? Ach, ich habe noch eine Weihnachtsmünze. Die sollte ich vielleicht auch ausrüsten. Ich sehe immer beim Falschen nach. Ja. Hier. Ja, cool. Wir bauen gleich noch einen. Natürlich mangelt es an den Goldbahnen, aber... Aber wir können dann wieder fünf bauen. So, schön. Gut. Ja, dann müssen wir hier wohl oder übel die Fackel erstmal wegreißen. Und die auch, aber die gefallen mir sowieso nicht. Ich werde hier jetzt haben wir noch schönere Lampen. Wir werden ja wohl noch irgendwo Lampen haben, oder? Ich meine, die müssen ja auch irgendwann mal ein kleiner Kronleuchter. Da kommt den, setzen wir da in die Mitte. Wenn er klein ist, wird er wohl trotzdem gut leuchten. Der kommt hier hin. Tada! Und außen setzen wir dann hier die... Wir haben ja so normale schöne Lampen haben wir auch noch. Die da. Ich setze mal außen. Nämlich eine hier und eine hier. Gut. So, aber dann brauchen wir die Fackel nicht mehr. Wobei die da wären eh egal, weil da können wir eh nichts mehr setzen. Vielleicht müssen wir das Eingangsportal auch etwas verbreiten. Irgendwann mal in Zukunft. Damit wir mehr Tests natürlich unterbringen. Oh nein, ich werde angegriffen. Und das ist ein blödes Loch hier. Da kommen die Zwerge wahrscheinlich so nicht mehr raus. So. Und hoch da und hoch da. Und da auch. Und überhaupt. Und zack, zack, zack. Und das Gold kramen wir auch ab. Und wir bräuchten eigentlich ein bisschen mehr Beleuchtung. Aber naja. Ja, man darf sich nicht alles wünschen, weil man bekommt nicht alles. Tja. Juhu, apropos nichts bekommen, wir haben wieder ein Paket erhalten. Schön. Komm, wir müssen dieses blöde Winstorf da endlich mal dem Erdboden gleich machen. Das stört mich nämlich auch schon die ganze Zeit. Komm, das machen wir mal schnell. Weg damit. Tötet sie alle. Tötet die Eindringlinge. Wir haben ja nichts zu suchen. Das ist mein Territorium. Oh. Ja. Glorreich gesiegt in der Schlacht, wie man sieht. Alter. Wer war denn das jetzt überhaupt? Ach, die haben wir das. Und ich sehe gerade, ich muss Heiltränke kaufen. Ja, weil ihm auch keiner hilft aus irgendeinem Grund. Hallo, Zwerge. Helft ihm bitte. Ich hörte zwar überall Zwerge schreien, aber irgendwie will ihm trotzdem keiner helfen. Das ist, das ist natürlich Teamwork vom Feinsten. So, komm, du bekommst jetzt, ach so, du kannst gar nicht mehr. Krieg, Schmied und Koch. Ja, komm, bekommst du Krieg. Du bekommst hier das da und das da und das verteilen jetzt einfach mal, weil wir die Bücher ein bisschen nach völlig ohne Konzept, so wie es sich gehört. Ach, und wir haben noch eine Weihnachtsmann-Nütze. Die bekommt der. Zack. Dann haben wir noch einen Silberhelm. Können wir den irgendwem, ja, den können wir den andrehen. Hier. Du bekommst einen Silberhelm. So, gut. Und wir haben noch Silberspitzhacken, die wir eigentlich auch mal aufteilen sollten. Ich reg mich immer auf, dass alles so lange dauert, aber klar, wenn ich hier die Zwerge mit dem schlechteren Material arbeiten lasse. Ach, ey, ja. Ich bin ja so verpeilt. So von Zeit zu Zeit, ne. So, hier und du auch gleich. Wie viele Silberspitzhacken fehlen mir dann noch? Zwei. Komm, die bauen wir schnell noch. Das müsste sich ja ausgehen. So viel Silber sollten wir ja hoffentlich haben. Das andere Zeugs zerlegen wir gleich. Genau, das kommt alles weg. Juhu, Rohstoffe. So, die Bögen brauchen wir jetzt auch nicht mehr behalten, weil diese schlechten Türme, die machen wir ja sowieso nicht mehr. Ach, jetzt geht es sich genau aus. Das ist schön. Wir haben kein Silber mehr. Na, super. Okay, also jetzt müssen wir Silber auch wieder sammeln. Macht sie alle tot. Ihr sollt zusammenhelfen, Zwerge. Nicht hier so einsam herumst... Ai, 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 diese Zwerge. Wie sollen wir denn da einen Krieg gewinnen, wenn ihr alle irgendwie... Weiß ich nicht. Ich finde es ja witzig, weil normalerweise ist es bald ich in einen Angriff gebe, so stehen sie alle sofort da. Außer hier, da machen sie irgendwas. Da, da. Da. Gut. Ja, jetzt sind sie alle da, das ist gut. Es sollt die Wimps töten und nicht die Hütte. Ich meine, die Hütte gehört auch getötet, klarerweise, aber erst zuvor die Gegner kaputt machen. Komm, ich will nicht zu viel von den Heiltränken verschwenden. Sagte er und gab jeden Zwerg auch die, die es nicht bräuchten, einen Heiltrank. So, ich hoffe, das ist euch eine leere Lüge, Wims. Ach, die Lüge ist schon als Red. Moment, Moment. Ah, Nase juckt. Immer im falschen Moment. Ja. Geht wieder. So, und da und da. Und, oh, der ist auch fast tot. Ja, gut, das wäre dann zumindest die Hütte gewesen. Jetzt machen wir die Gegner noch schön tot. Ja, die fallen da schön nach der Reihe runter. Und, oh, ihr arme Gegner. Zwerge, ihr sollt da nicht nachspringen. Warte, was ist mit euch los? Okay, und das Wasser steigt weiter. Das gefällt mir gut so. So, dann hätten wir das auch erledigt, beziehungsweise geklärt, ja. Ach, und hier ist noch ganz viel Gold. So, dann sollten wir die, die Zwerge etwas unterstützen mit dem Sammeln. Und ich werde schon wieder irgendwo angegriffen. Das ist aber okay, so. Weil die Zwerge werden schon richten, hoffe ich zumindest. Gut, sehr gut. Zack, man ist weg. Wie sieht es hier aus? So, da haben wir wieder rudimentär ausgeleuchtet. Ach, und ich kann schon einen Tesla-Turm Level 2 bauen. Komm, das machen wir dann auch gleich. Nämlich hier. Zack. Ah, ja, mit den Tesla-Türmern sieht es schon viel schicker aus. Hier das Verteidigen. So, können wir noch einen bauen? Ich hoffe nur, dass mir nicht die nächste Monster-Welle die ganzen Tesla-Türmer wieder über den Haufen rennt. Das wäre nicht so schön. Ach, wir können gleich 3 bauen. Jetzt haben wir dafür kein Gold und kein Silber mehr. So, kein Gold und... Ah, Silber haben wir wirklich keins mehr. Wir sollten wieder Silber sammeln. Silber! Da ist ein bisschen Silber, aber das ist mir zu wenig. Ich bräuchte irgendwo so einen großen Vorrat. Komm, wir graben uns hier rüber, hätte ich gesagt. Wobei... Ne, nicht hier. Sondern da. Graben wir uns rüber. Machen wir ein Doppelportal. Inventar räumen wir mal ein bisschen leer wieder, weil das ganze Gelumpe brauchen wir hier nicht. So, da haben wir noch ein Gold. Jo, ich habe irgendwas geschafft. Kohleingenieurswesen habe ich... Ah, das ist sehr gut. Ich kann endlich... Endlich Mietril-Bahn bauen. Ja, jetzt geht's voran. So gefällt mir das ganz gut. Ach, und ich habe schon wieder fast keine Kohle mehr. Ja, das ist ja alles nichts Neues. Oh. Ja, da haben wir die Mietril-Arbeiten schon fast voll. Toll. Buch des Holzfälles. Schön. Ja, da geht ja einiges voran. Dieses Mal. Das gefällt mir ganz gut so. Aber wenn ich so auf die Uhr gucke, sehe ich, dass wir leider schon wieder fast am Ende sind. Wir haben noch ein paar Minütchen, haben wir noch. Und ja, wie gesagt, das ist für mich jetzt eher so ein bisschen eine Neujahr-Sylvester-Aufnahme. Weil, wie gesagt, das ist der 31.12. Und ich hoffe, ich schaffe es heute noch, das zu releasen. Und ich dachte, ich möchte mich auf diesem Wege, für alle, die dieses Let's Play gucken, aber auch für alle, die es nicht gucken und das vielleicht dann auch nie hören, aber naja, darum geht es auch nicht, möchte ich mich bedanken, dass ihr so regelmäßig zuseht. Vielen Dank, dass ihr meine Videos anseht. Ich freue mich wirklich immer wieder, wenn ich sehe, dass Leute die Videos sehen, wenn ich sehe, dass Leute die Videos cool finden. Und wenn Leute Kommentare hinterlassen, das freut mich immer riesig. Und das spornt mich natürlich auch an, ja, weiterzumachen mit den Let's Plays. Das heißt, ich habe jetzt nicht so extrem, boah, apropos extrem, hier sind extrem viele Rohstoffe. Ich habe jetzt nicht so extrem viele Abonnenten. Ich muss aber sagen, das stört mich nicht, weil es lieber, ich habe wenige Abonnenten und ich weiß dafür, dass die, die ich habe, gucken sich die Videos gerne an. Und ja, deshalb mache ich das Ganze natürlich auch, weil ich anderen Leuten eine Freude damit machen will. Hey, ja, also vielen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen das ganze Jahr über. Und ich freue mich auf 2016. Ich sage es gleich, bei mir wird sich nicht viel ändern. Ich werde gleich weitermachen wie bisher. Letztes Jahr gab es ja die Ankündigung, dass ich diese Season-Let's Plays mache. Ich glaube, das war im Jahr herum. Aber dieses Jahr mache ich keine Ankündigung. Es bleibt alles wie bisher. Es steht das 40. Projekt an. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich machen sollte bei den normalen Let's Plays jetzt. Ähm, aber naja, wird sich, wird sich rausstellen und irgendwas Tolles wird schon, wird schon werden. So, ja, die Zwerge, die graben sich hier immer weiter. Und ja, das war zwar jetzt überhaupt nicht dem gerecht, was, ähm, was ich eigentlich sagen wollte. Aber ihr wisst ja, ich bin ein Let's Player. Mir fehlen sehr oft die Worte. Ich bin sehr oft verpeilt. Das ist halt leider so. So, das setzen wir ein kleines Partälchen rein. Äh, ja. Ich werde, ich kann, oder ich werde keine so großen Silvesteransprachen, wieder krank machen können, weil das ist einfach, boah, ich meine, ich könnte zwar so lange quatschen, aber nur der Wert des Gequatsches ist halt da nicht gegeben. Und das sollte nicht sein, weil es gibt so viele Leute, ja, die Stunden reden und es kommt nichts Sinnvolles bei raus. Von denen gibt es so viel und das finde ich, nee, komm, das muss nicht sein. Ach so, das muss nicht sein. Und deshalb beschränke ich mich da, darauf, dass ich mich eben, wie gesagt, nochmal herzlich bei allen bedanke. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, ich hoffe, dass 2016 ein genauso erfolgreiches Jahr wie 2015 wird. Ich hoffe für alle, dass sich eure Wünsche erfüllen. Vielleicht die Neujahrsvorsätze, die ihr euch macht oder auch nicht macht, dass die alle in Erfüllung gehen. Ich werde mir keine wirklich machen, beziehungsweise ich brauche da kein Neujahr dafür, um mir Vorsätze zu machen, sondern ich mache das eigentlich das ganze Jahr über. Wenn mir irgendwas nicht passt, dann versuche ich das, dann mache ich mir da so einen quasi Vorsatz und sage, hey, das musst du jetzt ändern, weil das passt nicht. Und ja, da muss, das sollte man nicht auf Neujahr warten. Ich meine, es ist eine gute Gelegenheit zu Neujahr, das, äh, solche Dinge, ähm, sich zu überlegen und dann eben auch einzuhalten, zum Beispiel, weniger Essen, mehr Sport, die üblichen Dinge, die man dann sowieso genau drei Tage einhält. Aber, naja, im Endeffekt sollte man das genau dann machen, wenn man Lust dazu hat, solche Sachen umzusetzen. Das muss nicht ein Neujahrstag sein. Das kann auch unter dem Jahr mal sein. So, ja, haben wir viel geklatscht, haben wir viel geklatscht, so, wie immer. Wir haben jetzt eine gute Basisverteidigung, muss ich sagen, das freut mich ganz gut so, und, ja, das ist schön. Ich suche noch einen Fleck für, für einen Thumbnail, hier das Dunkle, das Peste ganz gut, Peste, das ist überhaupt so ein Wort, ne? Das Peste ganz gut, ja, oh, ich werde angriffen, oh mein Gott, nein, nein, böse Gegner. So, okay, ja, das sieht interessant aus, komm, das machen wir. Ja, also in dem Sinne, wir bleiben hier, weil es so schön ist. Äh, in dem Sinne, allen, euch allen ein frohes neues Jahr, viel Glück und Gesundheit. Habt Spaß heute beim Feiern, übertreibt es nicht zu viel, ja, weil das kann auch in die Hose gehen. Ähm, aber ich will ja nicht der Moralapostel sein, der mit dem Finger zeigt. Ähm, also in dem Sinne, äh, gehabelt euch wohl. Viel, viel Glück, viel Spaß, vielen Dank fürs Zusehen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bei einem weiteren Projekt im neuen Jahr wieder. Also, bis dann, Leute. Tschüss.